Hallo zusammen, hier sind wir am 24. Dezember. Heute ist Heiligabend und deshalb habe ich auch meine Mütze wieder auf und ich bin sehr weihnachtsbucki und wir gucken uns heute hier nochmal das letzte Spiel an für den Kalender und zwar Sunday You'll Return. Das gibt es leider nur als komplett Englisch, aber ich denke mal, wir gucken hier nur kurz rein, wir kriegen das schon irgendwie gepacken. So wie Plätzchen, geht ganz einfach. Oh oh. Is this beast? Beeeech? Was ist denn das alles für Kritiker? Was ist denn das alles für Kritiker? Was ist denn das 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 für Kritiker? Hallo, Ida hier, wie kann ich dir helfen? Wo ist sie? Daniel, hast du eine neue Selle? Wo ist sie? Du meinst Stella? Sie ist auf der Schule, alles ist gut. Nur, sie ist alleine. Nein, Ida, alles ist nicht gut. Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Und jetzt fahren wir in den dunklen Wald. So immer Rückenschmerzen. Können Sie mich hören? Sie sehen also, dass ich sie nicht hören kann. Aber wo ist Stella? Stella ist da irgendwo runtergefallen. Das war's für mich. Ich sollte meine Celle mit mir nehmen. Sie hat mich nicht verletzt. Immer diese GPS sind da bei Kindern. Die Eltern, die dann da hinterher schleichen. Na super! Immer einen schönen Spaziergang. Gibt zwar sehr herbstlich aus, nicht nach Winter, aber geht auch. Da muss ich weitergehen. Ich muss nur die Schrauben folgen, die Schrauben folgen. Sie ist immer nur da sitzen. Da muss ich hin. Wo ist die Brücke? Was ist denn passiert? Oh, das ist dein Füter! Aha, da haben wir uns hin. Unsere Bank-Info. Die fragt, wo wir gerade sind. Ich habe die Schule angerufen, sie ist weg. Wenn du nicht mit mir sprichst, dann werde ich die Polizei rufen. Ja, toll. Er hat gesagt, den Berg rauf. Also, ja. Ja. Ja, ich muss auf den Weg hoch. Von allen Dingen, sie können gehen, warum hier? A red ribbon. Are they still playing the tracking game? A kid just walks out of school and nobody gives a rat's ass. Typical. Yeah, she doesn't know how to drive. So someone had to bring her here. But who? Oh, Stella, what have you gotten yourself into now? Damn, I'm getting old. I should check Stella's location. Now what the hell am I supposed to do? Think, you idiot. I have to climb higher. I need at least one damn bar. Yeah. Kein Anfang. Immer noch nicht. I forgot how beautiful it is here. I wish I could stay. Forget everything. The altruist. I love you. I love you. Yeah. I love you. I love you. I love you. I love you. Thank you. Barnabas. Yeah. Nein. Es gibt keine Taschenlampe dabei. Kein Feuer, keine Marmiakke. Hm. Sonst war jemand hier. Du kannst es accessieren, oder? Wir haben auch einen Journal, ja? Ja. Dann geht's nicht lang, eigentlich. Sign or no sign, I have to follow this trail. Darüber kehrt dein Kern. Oh, how am I gonna cross that? Wo das Ding? Ha, there's a... ha, there's a... why would somebody... Finally, something I can use. Why would... ha, there's a... why would somebody... Ha, there's a... why would somebody... Finally, something I can use. Finally, something I can use. Ich schnapp dir mal. I have to have my shoes out. Careful. Ich kann es nicht glauben, wie du das gemacht hast. Eine dumme Frau. Ja, das geht. Where is she? You have to tell me. Your hysterics aren't helping. Stop calling me. Daniel, please. Tell me that she's safe. Listen, I don't... The first thing I'm going to do when I leave here is trash this fucking cell. Unlimited network service, my ass. The path must have collapsed years ago. Thank you, it's time to spy town. Looks like a trail marker. I wonder where it leads. She has to be close. No, it can't be. It's her dress. What? It's... It's a backpack? Oh, I'm so tired. It's dark. Oh, I'm seeing things. ... jetzt haben wir einen Rucksack aber an dieser Stelle soll es das für dieses Spiel gewesen sein es wird dunkel, ich bin ein kleiner Pinguin ich muss schlafen gehen und ja, überhaupt naja, der Weihnachtsmann kommt ja gleich und dann gibt es Geschenke, die muss ich alle auspacken und ja ich wünsche euch allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch auf den Bauch ins neue Jahr auch wenn alles dieses Jahr vielleicht ein bisschen anders ist vielen Dank, dass ihr euch den Kalender angeschaut habt und dass ihr euch nicht angeschaut habt wir sehen uns irgendwann wieder bis dann, tschüss